Die Firma EVG ist ein Maschinenbauunternehmen im Süden von Graz in Raba-Krambach gelegen. Wir betreiben diesen Standort hier als Produktionsstätte, aber betreiben auch Service- und Verkaufsniederlassungen auf allen fünf Kontinenten. Wir beschäftigen uns seit 70 Jahren mit dem Bau von Maschinen für Betonstahlbewährungen und geschweißtem Gitter aller Art. Unsere Produktionsfläche erstreckt sich über neun Hektar mit einer verbauten Fläche von 22.000 Quadratmetern. Aufgrund dieser Ausbreitung müssen wir uns mit der optimierten Lösung der Intralogistik beschäftigen. Um diesen Zweck zu erfüllen, haben wir uns für diese RFID-Lösung entschieden. Und so funktioniert das PrimTech RFID-System. Alle Transporteinheiten sind mit einem RFID-Transponder eindeutig gekennzeichnet. Im Routenzug ist ein RFID-System verbaut, welches die aufgeladenen Transporteinheiten zeitgleich erfasst und dem jeweiligen Wagen zuordnet. Durch die eindeutige Transpondernummer ist die Zuordnung zum Auftrag und damit zum Abladeplatz gegeben. Am Terminal oder Tablet wird dem Bediener die Route der Abladeplätze angezeigt. Somit werden Leerfahrten verhindert. Verschmutzungen oder Witterungseinflüsse spielen bei der Verwendung von RFID-Technologie keine Rolle. Der Routenzug erkennt automatisch die angefahrenen Stationen und listet die Tätigkeiten der jeweiligen Station auf. Vor der Weiterfahrt erkennt das System alle Wagenbewegungen am Routenzug und bestätigt dem Bediener die korrekte und vollständige B- und Entladung. Etwaige Fehlerfälle werden sofort erkannt und der Bediener hat die Möglichkeit, den Fehler sofort zu korrigieren. Im Rahmen der Teilebereitstellung im Unternehmen EVG, im Sondermaschinenbau, schaut es so aus, dass wir täglich 700 bis 1000 Teile auf die Reise schicken. In verschiedene Abteilungen. In die Lackiererei, in die E-Werkstätte, in die Hydraulik oder direkt in die Montagebereiche. Das Problem war, dass wir auf dieser Reise einige Teile verloren haben, nicht mehr wiedergefunden haben und auch der Montagemitarbeiter selbst diese Teile nicht lokalisieren konnte. Diese Problematik haben wir im Gesamtpaket jetzt mit Primtec, Stil Routenzug und Kardex-Türmen eigentlich zu 100% gelöst. Für die gezielte Suche nach einer mit RFID ausgestatteten Transporteinheit steht dem Bediener ein mobiles Gerät zur Verfügung, mit dem die Transporteinheit auf mehrere Meter genau geortet werden kann. Auf dieselbe Weise kann der Montagemitarbeiter gezielt nach der richtigen Transporteinheit für das benötigte Produkt suchen und innerhalb kürzester Zeit auch lokalisieren. Kurz zusammengefasst einige der Vorteile. Keine Falschabladungen, weniger Produktionsstillstände, schnelle Zulieferung garantiert und dadurch zufriedene Mitarbeiter. Bei EVG in Naraba bei Graz ist die Integration des RFID-Systems ein voller Erfolg. Das RFID-System von Primtec ist eine innovative Lösung, die an alle Anforderungen angepasst werden kann. Primtec. Think. Create. Innovate.